Wer soll unser neues Kind sein? Grünes Licht! Wer will sich adoptieren lassen? Dieses Mädchen? Nee, wie wär's mit diesem Mädchen? Nein, sie ist so süß! Oh, ich kann hier neue Eltern gewinnen! Ich sollte mich verkleiden! Heute ist nicht dein Tag! Hm, spielt der auch mit? Ich muss wie ein Kind aussehen! Mädels, wer will eine Puppe? Bleibt sofort stehen! Oh, das muss Schicksal sein! Meinst du nicht auch? Lasst uns ein Foto machen! Glückwunsch! Ihr seid jetzt offiziell Pauls neue Eltern! Bye! Hi, neues Zuhause! Was ist da drin? Oh, eine Schachtel? Wow! Wow, eine Überraschung! Ich bin gespannt! Ein Zettel? Hm! Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist im Squid Game! Steve, sieh mal! Unser Sohn ist in dem Spiel! Tu etwas! Sofort! Okay, schrei nicht so rum! Ich kümmere mich darum! Seid ruhig! Das Spiel findet nicht statt! Ich nehm den Preis mit! Geht nach Hause! Hoi, du kommst mit mir! Hi! Steht dieses Kino zum Verkauf? Nein! Und wie sieht's jetzt aus? Okay, hier sind die Unterlagen! Oh, sieh mal! Da ist Spider-Man! Oh! Ne, hab ich mir wohl nur eingebildet! Hier ist noch etwas Geld für unsere nächste Geschäftsidee! Wow! Das sind die Uniformen für Kinobesitzer! Wir werden die VIPs des Showbusiness sein! Du siehst unglaublich aus! Ich zieh mich auch rum! Das sieht super aus! Äh, okay! Wir werden erst mal sauber machen! Und wir werden nur Squid Game zeigen! Willkommen in unserem Kino! Keine Süßigkeiten entdeckt! Geh rein! Und viel Spaß! Hey Puppe! Kannst du mir bei meinen Hausaufgaben helfen? Okay! Was? Es ist niemand am Eingang? Ich komme! Entschuldigung! Ticket-Check! Was ist mit dem Süßigkeiten-Scanner? Puppe? Ich brauche deine Hilfe! Wo bist du? Scanne diesen Gast! Lüse dieses Problem! Sieh hierher! Nein, sieh hier rüber! Beruhig dich! Ich habe etwas für dich, Susan! Ein neuer Scanner! Was ist das denn? Alle sind nackt? Du hast etwas Süßes dabei! Schokolade ist nicht erlaubt! Verschwinde! Leckere, schmackhafte, süße, knustrige, selbstgebackene Kekse! Hi! Möchtest du einen Keks? Nein! Ich hätte gerne Chips! Chips? Wagenweilig! Hier! Danke! Mom! Dad! Kommt und kauft ein paar Kekse! Du musst laktosefreie Milch trinken! Und du musst aufhören, unsere Sachen zu essen! Sonst sind wir bald pleite! Bezahlst du die Kekse? Mit wem redest du? Wir brauchen gar nichts bezahlen! Ich esse erst mal einen Keks! Kriege ich auch einen? Okay, aber lass uns erst ein Spiel spielen! Ratte, wo der Keks ist! Abracadabra! Und? Unter welchem Becher liegt der Keks? Hi ihr Lieben! Habt ihr gesehen, wo der Keks ist? Sagt es mir in den Kommentaren! Das Kino gehört nur mir! Ich kann machen, was ich will! Das ist die Fernbedienung! Hier ist sie nicht! Ich werd mit einer Komödie anfangen! Nee, das ist zu dämlich! Wuhu! Schon besser! Aber das hab ich schon eine Million Mal gesehen! TikTok! Oh nee, es wurde verboten! Mein Herz! Ich werd alle Kanäle ausprobieren! Ups! Ich glaub, ich hab es kaputt gemacht! Stopp! Was ist das? Du kannst keine Süßigkeiten mit reinnehmen! Lass ihn durch, Steve! Siehst du, was er anhat? Er ist einer von uns! Ist schon in Ordnung! Geh rein! Warum ist die Leinwand noch schwarz? Wo ist der Film? Wo ist alles ruiniert? Hey, stopp! Seid still! Ich mach das schon! Puppe, mach den Film an! Hey! Ich will Popcorn! Ich will Pepsi! Schatz, hilfst du mir? Nein! Einmal Popcorn! Noch eine Portion! Du bist ganz blass! Ist das so besser? Popcorn! Danke! Einmal Popcorn! Hier, bitte! Hm, wo ist die Popcorn-Maschine? Wartet! Geht nicht weg! Ich werd mich darum kümmern! Das ist alles nur, weil du ein schlechter Mitarbeiter bist, Steve! Du denkst einfach nicht an andere! Was soll ich denn jetzt machen? Hilf mir bitte! Oh, du bist es, Puppe! Was machst du denn hier? Ich erledige das! Das Popcorn ist fertig! Ich nehm meinen Becher! Danke! Paul, was machst du da? Ich nehm mein Popcorn-Bad! Meine bisher beste Erfindung! Das Popcorn ist kalt! Hey, Puppe! Komm her! Kannst du mein Bad erhitzen? Oh, das ist besser als ein Whirlpool! Hier gibt es so viele Sachen! Du hast bestimmt etwas Gutes dabei! Bist du dir sicher, Maske? Paul? Was machst du hier? Er hat etwas gestohlen! Was sagst du, Maske? Hey, Leute! Habt ihr gesehen, was auf dem Tisch fehlt? Kommentiert unten und sagt mir, was Paul gestohlen hat! Danke! Das ist für dich! Du kannst in ein Spa gehen! Ein Ticket, bitte! Danke! Ich nehm auch eins! Hier ist mein Ticket! Okay, geh rein! Danke, dass du gekommen bist! Wir sind froh, dass du hier bist! Ups! Ich hab die Aufgabe vergessen! Wenn ihr den Film sehen wollt, müsst ihr Formen aus den Süßigkeiten ausschneiden! Wo sind eure Formen? Wir haben keine! Hier sind eure Süßigkeiten! Tut mir so leid! Sehr gut! Los! Jeder schneidet seine Form aus! Ihr habt 10 Minuten Zeit! Oh nein! Du musst gehen! Die Zeit ist um! Bye! Ich will mein Geld zurück! Das ist Betrug! Schatz, wir müssen ihnen ihr Geld zurückgeben! Tut uns leid! Beruhig dich! Du kannst nichts dagegen tun! Das Kino können wir vergessen! Wir müssen ein neues Geschäft eröffnen! Ich bin dabei! Ein Squid Game Restaurant? Das ist genial! Werden wir dadurch reich? Lass uns an die Arbeit gehen! Hier ist unsere Speisekarte! Was habt ihr für Speisen? Oh! Die Squid Game Kombination! Cool! Ich werde das probieren! Oh! Ich muss es dir bringen? Okay! Bin schon unterwegs! Hier ist das Spezialgericht des Chefkochs! Guten Appetit! Lecker! Wasser! Das Essen hier ist unglaublich! Was? Nicht übel! Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, dass das Essen in Ordnung ist! Schmeiß es weg! Soll das ein Joke sein? Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten! Ist schon gut! Mir gefällt's dir! Geniales Essen! Wir werden wieder bankrott gehen! Aufgepasst! Squid Game ist wieder geöffnet! Wir können anfangen! Paul! Du spielst auch mit! Endlich! Wir haben so lange darauf gewartet! Mein armes Baby! Warum soll er mitmachen? Relaxen sie! Sieh doch mal! Er ist der Spieler Nummer 1! Er wird es schaffen! Er ist schon ein Gewinner! Er ist schrecklich! Er wird es ja erledigt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017